Ja, hallo zusammen, hier aus Spanien, aus Campo Amor, kommen wir mitten in der Bus, ich zeige euch mal, wer wo sitzt und was er abgeben muss. Und hier ist eigentlich so der Bereich, hier ist mein Platz und hier ist so die Managerriege. Da steht immer ein Laptop auf dem Tisch und dann wird gezockt. Ja, hallo zusammen, hier aus Spanien. 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 Ja, was ich angesprochen habe, das ist brutale Laufarbeit, viele Wege, die man machen muss, Löcherstöpfe, vor allem im Mittelfeld, die haben gut mitgearbeitet. Ja, was ich angesprochen habe? Ja, was ich angesprochen habe? Das, was wir uns freuen, haben wir von Anfang bis zum Ende durchgezogen und, wie gesagt, wurden dafür belohnt. Glowian, 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 Glowian!